Reisen ist wie verliebt sein. Selbst die vertrauteste Umgebung erscheint einem neu. Die Wiss Reisen AG ist ein Transport- und Reiseunternehmen mit Sitz im soloturnischen Bohningen. Die Firma besteht seit über 60 Jahren und wird von Reto und Susanne Wiss erfolgreich in der dritten Generation geführt. Reisen Sie sparsam, umweltschonend und sicher. Malerische Dörfer am Gardasee, Nationalparks in Kroatien bestaunen, an der Côte d'Azur romantische Sonnenuntergänge zu zweit erleben? Oder doch lieber an den Spengler Cup nach Davos? Unsere Angebote umfassen alles, was das Herz begehrt. Unsere Reisen sind mit Sorgfalt geplant. Wiss Reisen AG Wiss Reisen AG Untertitelung des ZDF, 2020